mit meinem gourmet pulver orange geht die sonne auf mit den tollen aromen von muska blüte vanille orange und kokos super passend zu allen gemüsesorten wie kürbis karotte oder blumenkohl sehr gut passt es aber auch zu ente und lachs oder tollen couscous gerichten wie das ganze funktioniert seht ihr jetzt in ein paar videos und ich wünsche euch viel spaß zum nachkochen mit meinem gewürz orange so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.